Planer und Installateure wissen um die Vorteile des hydraulischen Abgleichs. Erhöhter Heizkomfort bei niedrigeren Heizkosten. Das Kombi TRV erledigt diesen hydraulischen Abgleich auf einfachste Weise mit der gewohnten Zuverlässigkeit der Honeywell Home Ventile. Das Kombi TRV kombiniert ein thermostatisches Heizkörperventil und einen Differenzdruckregler in einem Ventil. Das thermostatische Heizkörperventil regelt den Durchfluss durch den Heizkörper entsprechend der voreingestellten Heizlast. Der integrierte Differenzdruckregler sorgt für eine vollständige Regelung des Thermostatventils und gleicht dabei das Heizsystem automatisch ab. Die einfache 1 bis 8 Skala des Kombi TRV ermöglicht eine einfache und schnelle Einstellung des maximalen Durchflusses. Benötigt wird lediglich ein Schraubenschlüssel. Der Differenzdruckregler reagiert permanent auf die unterschiedlichen Systemdruckbedingungen. Bei schwankendem Eingangsdruck öffnet oder schließt der Druckregler entsprechend und hält so einen konstanten Differenzdruck über das Thermostatventil aufrecht. Somit wird der Durchfluss genau auf den durch die Ventilvoreinstellung oder durch den thermostatischen Regler gegebenen Sollwert geregelt. Das Kombi TRV ist eine neue und effektive Lösung für den hydraulischen Abgleich in zwei Rohrheizsystemen mit einem Differenzdruck von bis zu 60 Kilopascal und einem Durchfluss von bis zu 120 Litern pro Stunde. Aufgrund seiner Standardmaße kann es sowohl in Renovierungen als auch in Neubauprojekten verwendet werden. Durch die Installation des Kombi TRV an jeden Heizkörper können die Vorteile des hydraulischen Abgleichs auf einfachste Weise speziell im Bestand ohne komplexe Rohrleitungs- und Druckverlustberechnungen erreicht werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017